So, hallo, hallo, hier bin ich. Ja, ich bin gesund, reich und perfekt. Ich fühle mich geliebt, wichtig und schön. Mein Name ist Patricia Dender und ich bin Divine Creation Coach und Master of Divine Healing. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass du dein ganzes Leben in dir entstehen lassen kannst, bevor es sich im Außen manifestiert. Du kannst sein und erleben, was du willst. Du bist frei und hast immer die Wahl. Hallo, hallo, ja, ja, das ist mein neues Intro, weil es so wichtig ist. Wenn ich hier zu dir spreche, dann spreche ich eigentlich zu mir selbst, denn du bist für mich etwas, was im Innen in mir entstanden ist. Meine Vorstellung dominiert mein Außen. Und wie ich hier an den Start gehe und mit wem ich hier spreche, ist einzig und allein meine Entscheidung. Und genauso ist es für dich, mit wem du in deinem Leben sprichst, wie du die Menschen in deinem Leben siehst und entscheidest du alleine. Du hast die komplette Entscheidungs- und Interpretationsmacht deines Lebens. Es gibt nichts und niemand, der dir im Außen irgendwie was sagen kann, irgendwie was vorschreiben kann. Du allein hast das letzte Wort. Du entscheidest, welche Meinung du annimmst. Welche Vision für dich zählt. Du entscheidest, wer du bist in diesem Leben, wer du sein willst. Hallo, hallo. Ja, die Energie. Daraus ergibt sich die Energie. Die Energie, in der du lebst, entsteht aus dir durch dich hindurch. Und das weißt du theoretisch. Aber was es praktisch bedeutet für dich, was zu tun ist, das sagt niemand so genau. Da gibt es immer so abstrakte Anleitungen. Es gibt ganz, ganz viele Vorschriften, wo man glaubt, wenn man die befolgt, dann wird alles gut, dann ist alles richtig, dann ist man richtig. Aber genau hier musst du verstehen, dass jede Vorschrift dich in einen energetischen Zustand bringt. Ob du die Vorschrift annimmst, wenn du die Vorschrift annimmst, dann verbindest du dich mit dem energetischen Zustand der Vorschrift, der Bedingung dessen, was im Moment für dich angenommen wird, von dir angenommen wird. Ja, das ist so, so wichtig, das zu verstehen, dass alle Bedingungen und Vorschriften dich in einen Zustand versetzen, wenn du diese Vorschrift für dich gültig machst. Ich nehme ein Beispiel von unserem wunderbaren Wochenende von unserem Last Minute Divine Creation Retreat hier in St. Moritz. Die Frauen sind aus Deutschland angereist. Die Frauen sind aus Österreich angereist. Und du kennst Vorschriften, die im Moment aktiv sind. Glaubst du, eine dieser Frauen wäre hier angekommen und hätte dieses transformierende Wochenende erlebt, wenn sie in der Energie der Vorschriften gelebt hätte? Nein, hat sie nicht. Keine dieser Frauen hat in der Energie der Vorschriften gelebt, sondern sie haben in der Energie ihres Wunsches, ihrer Intuition, das, was sie begeistert hat, in der Energie ihrer Begeisterung gelebt. Das war einzig und allein das, was sie hierher getrieben hat. Und das, was sie so leicht und so fluffig und so im Flow hier ankommen ließ. Keine hatte irgendein Problem mit Grenzen. Weder auf der Hinreise noch auf der Rückreise. Weil die Energie ist das Ausschlaggebende. Die Energie, in der du lebst, in der du reist, in der du durch dein Leben reist. Das ist das, was aus dir heraus im Außen entsteht. Und diese Energie, die sind, die entsteht durch deine Vorstellung und durch deine Vorschriften. Ja, du kannst dir auch Vorschriften machen. Meine höchste Vorschrift ist die Vorschrift, ich bin frei. Nichts und niemand kann mich einschränken. Das ist meine Vorschrift. Und da kollabieren alle anderen Vorschriften, die scheinbar irgendwo existieren und mir sagen, du darfst das nicht, du kannst das nicht, das ist nicht möglich. Meine Vorschrift dominiert. Immer. Und die gilt in meinem Leben. Das sind meine Lebensregeln. Und so ist es bei dir auch. Untersuche nach welchen Vorschriften und Regeln du in deinem Leben lebst. Und wenn die aus Einschränkungen und aus Nein, geht nicht, darfst du nicht bestehen, dann ist es an der Zeit, dass du die alle kollabierst und dominierst mit einer neuen Regel, mit einer neuen Vorschrift. Und für mich war das dieses Wochenende wieder so ein wunderschönes Exempel, das statuiert werden konnte. Kein Retreat muss von langer Hand geplant werden. Für mich war es so wichtig zu wissen, die Leute kommen von nah und fern, um ein wunderbares Wochenende zu erleben, mit Menschen in Liebe, in Freiheit, in Möglichkeit. Da muss ich gar nichts machen, außer mir das vorzustellen und zu wünschen. Und es war so gigantisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Viele haben sich schon online gekannt. Manche hatten sich schon offline gekannt. Manche hatten sich überhaupt nicht gekannt. Und es war eine so große Vertrautheit und Verbundenheit. Wir hatten so wenig Zeit zusammen und so viel Spaß. So viel Quality Time. Und jeder hat so viel mit nach Hause genommen. So viel zurückgelassen von alten Beschränkungen, Begrenzungen, von Ängsten, von Glaubensüberzeugungen. Ich mag dieses Wort schon gar nicht mehr. Glaubenssätze, weil es geht nicht um Glaubenssätze, sondern es geht um komplette Überzeugungskomplexe, die du kollabieren lassen darfst, die du loslassen darfst und sie neu erfinden, neu ersetzen, neu entscheiden. Es geht nicht nur darum, um Zeug aufzulösen. Eigentlich müsstest du gar nichts auflösen, sondern es geht wirklich darum, neu zu leben. Nach der neuen Wahrheit, nach der wahren Wahrheit für dich zu leben. Und die wahre Wahrheit für unser menschliches Sein. Das ist so klar und deutlich. Es ist frei. Es ist Liebe. Es ist Harmonie. Es ist Unbegrenztheit. Es ist einfach all das, was sich so gut anfühlt und all das, wo du glaubst, du hast eine Sehnsucht danach, weil es abwesend ist. Aber die Dinge sind nicht abwesend. Alles, was du dir wünschst, ist da. Nur stehst du selbst meistens nicht dort, wo die Dinge sind. Und du kannst es dir so gut vorstellen mit Energie. All das, was du dir wünschst, bildet einen energetischen Raum, einen energetischen Zustand, der eben noch nicht materialisiert und manifestiert ist. Und wie kommst du in diesen energetischen Raum, in diesen energetischen Zustand? Wie wirst du zum energetischen Match deiner Wünsche und deiner Träume? Dazu musst du herausfinden, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst, weil das generiert Energie. Jeder Gedanke ist entweder ein Match deiner Energie, die du dir wünschst, in deinem energetischen Wunschzustand, Wunschleben. Jedes Gefühl passt es dazu, zu deinem Wunschleben und zu deinem Traumleben. Jede Überzeugung passt sie dazu, zu deinem Wunsch und zu deinem Traumleben. Und wenn du halt den Wunsch hast, ein freies Leben zu führen, was wir alle haben, weil wir sind ja freie Wesen, dann kannst du nicht in Limitierungen denken, dann kannst du nicht in Gehtnicht denken, dann kannst du nicht denken, ist nicht möglich, darf ich nicht, kann ich nicht und hunderttausend andere Gründe, die meistens sehr gerne mit Geld zu tun haben, sondern du musst in Möglichkeiten denken. Und das ist ein ganz neues Konzept für dein Hirn. Das ist ein ganz neues Denkkonzept, ein neues Denkvorgehen. Das ist eine neue Lebenssicht, eine neue Weltsicht, die unser System dir nicht beigebracht hat. Du hast es nicht gelernt in deiner Entwicklung, weil die systemische Entwicklung nicht darauf abzielt, dir klarzumachen, wer du wirklich bist, dass du wirklich frei bist und wie du als Schöpfer wirkst, wie das Leben aus dir heraus geschöpft wird. Das erzählt dir niemand in unserem System bis jetzt. Klammer auf, Klammer zu. Es sind ja jetzt auf anderen Wegen und es ist wieder so wichtig, dass du, wenn du mir hier zuhörst, erkennst, dass wenn du den Weg für dich gehst, wenn du die Frau bist, die alles hat, die alles lebt, die diesen Lifestyle hat, die alles hat, Freiheit hat, Freiheit, finanzielle Freiheit, Freiheit der Wünsche, die sich erlaubt zu wünschen, frei und offen, was sie sich wünschen will, die sich erlaubt, frei und offen das zu sagen, das auszusprechen, weil sie weiß, wenn sie dazu steht, zu ihren Wünschen und Träumen, erst dann können die zu sich kommen. Dann wirst du deine ganze Family verändern und da musst du nichts mit denen besprechen. Es ist Energie. Deine Energie, dein Raum, alles, was in deinem Raum ist, in deiner Energie ist, muss konform gehen, muss. Es ist Gesetz. Also ist es deine Aufgabe, einen energetischen Lebensraum zu schaffen, in dem du deine Liebsten, dein Leben, dein Business, dein Körper, deine Gesundheit wohnt. Und davon gehst du nicht mehr ab. Und wenn es niemand um dich herum tut, dann tust du es trotzdem, weil du es dir wünschst. Und wir haben am Wochenende so tolle Pärchen gesehen, Mutter, Tochter. Und wir haben mit eigenen Augen gehört von der Tochter, was es mit ihr gemacht hat, als die Mutter transformiert hat, als die Mutter in ihre Kraft, in ihre Wahrheit gegangen ist und aus dieser Wahrheit heraus ihr Leben verändert hat, ihr Business verändert hat, ihren Ehemann verändert hat, ihre Lebensumstände verändert hat, was das mit der Tochter automatisch gemacht hat. Und das ist so leicht. Du musst dich um niemand anders kümmern, als um dich. Dann kümmerst du dich um alle, um die ganze, ganze Welt. Und wir haben heute in unserer Gruppe nochmal vom Mastermind, die Frau, die alles hat, auch nochmal ein Feedback bekommen von einer Teilnehmerin, die dann von St. Moritz nach Hause gefahren ist im Zug und die wirklich Ballast auch hier abgelassen hat, wie wir alle, ich inklusive, wo sie in ihrer neuen Kreation saß, im Zug und es ihr gar nicht klar war, dass es aus ihr heraus entstanden ist, was sie gesehen hat. Diese Freude, diese Leichtigkeit dieser Bilder im Zug, in Wahrheit Szenen im Zug, die sie manifestiert hat. Und zwar im Ursprung für sich und ihre Familie und im Zug hat sie gesehen, dass die Manifestation, die sie aus sich heraus hat strömen lassen, für andere Menschen im gleichen Sinne gilt. Und das ist ja diese Magie, das ist ja diese Wahrheit, das ist ja dieses Wunderbare, wo wir uns einfach bewusst werden dürfen, dass wenn wir für uns gehen, was scheinbar eine Ego-Geschichte ist, was der Verstand ab und zu mal noch sagt, dass wir für unsere Liebsten gehen und dass wir für alle Menschen gehen. Alles, was du für dich tust, transformierst, dir möglich machst, dir erlaubst, damit gibst du Erlaubnis für die Menschheit. Wenn du dir erlaubst, in Geld und Glück und Liebe und Fülle zu leben, in wunderbaren Beziehungen, in Freundschaft, in Zusammenhalt und Unterstützung, gibst du der Welt die Erlaubnis, so zu leben. Und das brauchen wir doch gerade jetzt. Und da dürfen wir uns nicht von dem, was im Außen ist und das Außen immer wieder anschauen und rekreieren, anschauen und rekreieren, weil alles, was du mit deiner Aufmerksamkeit näherst, ziehst du quasi durch dich hindurch wieder ins Außen. Du duplizierst, du multiplizierst alles, worauf du dich fokussierst und kontrollierst, weil du bist Gott, du bist Schöpfer, du bist Schöpferin aus dir heraus. Du hast eine Verantwortung, das Gute, die Liebe, die Schönheit, das Fantastische, das Füllige, das Reiche zu schöpfen. Wenn du schon Schöpfer bist, geht es auch darum, dass du in deine Verantwortung trittst und nicht versuchst irgendwie im Außen was zu manipulieren und zu kontrollieren, sondern dass du dir die Erlaubnis gibst, diese Schöpfer, diese Schöpferin zu sein. Und in diesem Programm, das wir jetzt, das ich am Laufen habe, die Frau, die alles hat, geht es genau darum, dass du erkennst, nicht nur Hokus-Pokus-Schöpfer und Om und Tralala und hier und das und Rituale, buh, 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 was du zu tun hast. Nein, das ist nichts zu tun. Du musst kein Yoga machen und gar nichts. Du musst es sein. Und sein bedeutet, so zu denken, so zu fühlen und so zu handeln. Das bedeutet sein. Und wenn du es bist, wenn du der Schöpfer deiner Realität bist, dann bist du die Frau, die alles hat. Dann hast du alles. Und dann darfst du lernen, so zu sein. In jedem Aspekt deines Lebens, in der Liebe, in der Partnerschaft, im Business, im Job, in der Freizeit, Tag und Nacht, was auch immer, die Aspekte deines Lebens sind. Wer bist du in diesen Aspekten, zeigt sich darin, wie du denkst und fühlst und handelst. Im Job, in der Partnerschaft, im Business und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die darfst du neu erlernen, die darfst du neu durchsetzen. Da darfst du dich neu erfühlen. Um dich zu erfühlen, musst du dich aber erfinden in deinen Gedanken, in deinen Vorstellungen, in deinen Überzeugungen. Das ist das Neuerfinden. Und das Erfinden in der Wahrheit fühlt sich einfach nach Liebe an. Und Synonym von Liebe ist Schönheit, ist Perfektion, ist Fülle, ist Angekommensein, ist Wahrheit. Das gilt es für dich zu erfinden, respektive zum Widerwiderfinden. Denn, weil es ist ja da, es war ja nie weg. Es war ja nur, du warst ja nur abgelenkt, du warst nur beirrt, du warst nur belogen. Dir wurden wichtige Dinge über dich, über dein Sein, über deine Wahrheit vorenthalten. Und jetzt liegt es an dir, das wieder zu finden und nicht über Bedingungen. Der Weg geht nicht darüber, dass du Yoga machen musst, dass du noch was lernen musst, dass du noch eine Ausbildung machen musst, dass du noch irgendetwas erfüllen musst. Erst, zuerst, bis bevor du dich darum kümmerst, rauszufinden, wer du wirklich bist. Das musst du einfach machen. Und die Frage ist nur, wann fängst du damit an, das zu machen und dich nicht mehr ablenken zu lassen? Wann fängst du damit an, die Wahrheit zu leben und zu glauben und zu vermitteln und zu sprechen und zu fühlen und auszusenden und diesen Raum zu erschaffen? Es geht und deswegen habe ich dieses Programm, ich bin die Frau, die alles hat, so gemacht, dass du jederzeit einsteigen kannst. Dass du jederzeit in diesen Raum einsteigen kannst, dass du jederzeit in diese Energie einsteigen kannst, dass du jederzeit in diese Vorstellung einsteigen kannst, die die anderen von dir in deiner Perfektion haben. Weil auch wenn du es nicht weißt und du bist in diesem Raum mit diesen anderen Ladies. Jede Einzelne auf ihre Art und Weise wird dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Es werden dir Möglichkeiten aufgehen, die dich immer näher und näher in dein Traumleben, in das führen, was für dich gedacht ist. Es ist ja gedacht für jeden Einzelnen von uns. Es ist ja die größte Lüge zu meinen, ich muss mich erst noch qualifizieren für mein Traumleben. Ich muss mich qualifizieren über Kindergarten, Schule, Ausbildung, Weiterbildung, bla. Ich muss mich erst qualifizieren, damit ich so bin, wie ich wirklich richtig bin. Größte Lüge auf Erden. Du bist qualifiziert mit dem Tag deiner Geburt. Ein geiles Leben zu führen in Schönheit, Gesundheit, Wahrheit, Zusammensein, Perfektion, Genuss, Freiheit, Fülle. Du bist qualifiziert, weil du hier bist. Qualifikation, Geburt, Punkt. Also mach was draus. Du bist für alles qualifiziert. Also geh hin und sag Hallo. Ich bin qualifiziert für dieses geile Leben. Ich weiß es. Also lebe so. Hol dir alles. Erlaub dir alles. Holen heißt erlauben. Wenn du es dir erlaubst, kommt es von selber. Du musst nicht hingehen und es abholen, sondern du musst dich nur öffnen und sagen Hallo, hier bin ich. Und deswegen ist eigentlich so der Einsteiger und das haben wir alle geübt, auch in in St. Moritz. Wir waren auf der Bühne und haben das alles so schön geübt und es war genial. Ja, hallo, hier bin ich. Hallo, hier bist du. Willst du in die Frau, die alles hat? Melde dich bei mir, steig ein. Es ist das geilste, beste Programm ever. Du hast eine private Mentorin an deiner Seite. Du rauscht durch. Du legst ab. Bullshit. Du reist mega schnell im Super-Turbo-Hyper-Super-Speed-Tempo Richtung deinen Träumen, Wünschen, Wunschbeziehungen, Traum-Mann, Traum-Frau an deiner Seite, Traum-Business, Traum-Job. Einfach alles nur Traum und zwar im Sinne von, so wie ich es mir vorstelle, ja nicht so Traum, ah, das ist der Traum, davon würde ich träumen, oh, wo ist es denn? Nee, nee, nee. Traum heißt, ich erträume es mir und dann wird es real. Das ist Traum. Ja? Traum ist nicht, das ist eine falsche Vorstellung, dass Traum irgendwie etwas ist, was es nur im Traum gibt und nicht in der Realität. Nee, nee, nee. Traum ist die erste Stufe der Kreation, die Vorstellungskraft ist die erste Stufe der Kreation und dann wird es Manifestation. Das heißt Traumleben. Um das mal klarzustellen. Ja, ihr Lieben, ich wollte da mal einen kleinen Rückblick geben. Es gibt da noch so viel zu erzählen. Wir werden es auf jeden Fall wiederholen, das ist mal ganz klar. Aber dann auch natürlich Next Level, weil es gibt immer mehr, es gibt immer Next Level, es gibt immer mehr zu erleben und wir dürfen das wollen. Wir dürfen sagen, ja, und jetzt? Und was gibt es noch Tolles? Was gibt es noch Schöner? Was gibt es noch Schönes? Ich sage nicht mal Schöneres und Besseres, weil das sind alles wieder Bewertungen. Ich brauche nichts Schöneres und Besseres. Ich habe einfach so eine krasse, große Auswahl von schön und gut und perfekt und wunderbar. Es muss nicht schöner und besser sein. Es ist ja schon geil, aber es gibt so viel Geiles für mich. Ich will jetzt alles erleben, ich will alles sehen, ich will alles spüren. So viel wie möglich will ich aufnehmen, weil ich dazu da bin. Deswegen habe ich hier diesen Körper, damit ich da sein kann in diesen wunderbaren Zuständen. Ja, ihr Lieben, also ich werde jetzt mit der Silke nach Italien fahren und der Seiya, meinem Traumhund und wir werden mal dort erkunden, was es Schönes gibt, was wir diesen Tag heute hier Schönes erleben können, was wir uns möglich machen können, weil wir es können. Und es ist so viel möglich. Mach dir jeden Tag einfach zu dem Wunschtag. Du kannst es. Du bist Schöpfer, Schöpfer deines Lebens, Schöpfer deiner Realität, Schöpfer deiner Gefühle und Schöpfer deiner Gedanken. Kein anderer hockt in deinem Kopf und scheißt dir ins Hirn. Das haben wir früher immer gesagt. Wer hat denn dir ins Hirn geschissen? Da kommt keiner und scheißt da rein. Das ist selbstproduziert, alles selbstgemacht, was da drin ist. Es gibt keinen im Außen, der da reinhockt und rumkackt. Das sind alles deine eigenen Vorstellungen, deine eigenen Gedanken. Das ist alles von Haus gemacht, von jedem selber. Und das ist doch geil. Wir können es ändern. Wir ändern es innen und es ändert sich im Außen. Wir ändern es im Innen für uns und für das Leben und für alle. Es ändert sich im Außen. Dazu sind wir hier. Das ist unser Job. Das ist der Job für jeden. Und es ist nicht der Job, irgendwo etwas zu machen, was scheinbar zu tun ist. Du wählst, du wählst, du wählst, du wählst. Jeden Moment. Wählst, wählst, wählst. Und wähle, so dass es sich klasse anfühlt. In diesem Sinne und bis bald. Ich wiederhole jetzt hier nochmal mein Sätzchen. Hallo, hier bin ich. Ich bin gesund, reich und perfekt. Ich fühle mich geliebt, wichtig und schön. Mein Name ist Patricia Dender. Ich bin Divine Creation Coach und Master of Divine Healing. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass du dein ganzes Leben in dir entstehen lassen kannst, bevor es sich im Außen manifestiert. Du kannst sein und erleben, was du willst. Du bist frei und hast immer die Wahl. Genau. Ich habe mir meinen Traumhund kreiert. Also, ihr Lieben, bis bald.